Die Küche war sauber. Wer hat diese Kiste hergestellt? Wer hat diese Kiste hergestellt? Es ist kein Krankenhaus. Es ist kein Krankenhaus. Es ist kein Krankenhaus. Tom wohnt über mir. Tom wohnt über mir. Tom wohnt über mir. Meine Freundin weint. Meine Freundin weint. Meine Freundin weint. Ein Pferd hat Tom gebissen. Ein Pferd hat Tom gebissen. Tom öffnete. Tom öffnete. Tom öffnete. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Schon dich zu sehen. Schon dich zu sehen. Schon dich zu sehen. Er ist irgendwie gruselig. Er ist irgendwie gruselig. Er ist irgendwie gruselig. Es ist niemand zu Hause. Es ist niemand zu Hause. Es ist niemand zu Hause. Druck dich genauer aus. Druck dich genauer aus. Ich weiß, dass du verärgert bist. Ich weiß, dass du verärgert bist. Ich bin sehr konservativ. Ich bin sehr konservativ. Ich bin sehr konservativ. Er ist ein größer Junge. Er ist ein größer Junge. Er ist ein größer Junge. Das ist ein größer Junge. Tom stand an. Tom stand an. Tom stand an. Tom stand an. Das ist ein Turm. Tom ist kein Engel. Tom ist kein Engel. Tom ist kein Engel. Tom war nicht berühmt. Ich bin empört. Ich bin empört. Ich bin empört. Sei jetzt vorsichtig. Sei jetzt vorsichtig. Sei jetzt vorsichtig. Sei jetzt vorsichtig. Tom kocht für Mary. Tom kocht für Mary. Tom kocht für Mary. Tom las den Vertrag. Tom las den Vertrag. Tom las den Vertrag. Es war schlecht. Es war schlecht. Es war schlecht. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind unsere Zukunft. Aus. Es sieht nach Regen aus. Es sieht nach Regen aus. Diese Tür schließt nicht. Diese Tür schließt nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Tom ist mein Stiefpapa. Tom ist mein Stiefpapa. Tom ist mein Stiefpapa. Tom hat immer Ausreden. Tom hat immer Ausreden. Tom hat immer Ausreden. Tom ist mein Stiefpapa. Zeig mir ein Beispiel. Zeig mir ein Beispiel. Zeig mir ein Beispiel. Ich möchte dasselbe. Ich möchte dasselbe. Ich möchte dasselbe. Sag nicht seinen Namen. Tom war eine große Stütze. Tom war eine große Stütze. Tom kam zu spät. Tom kam zu spät. Tom kam zu spät. Tom ist nicht gesund. Tom ist nicht gesund. Tom ist nicht gesund. Tom ist nicht gesund. Ich finde dich ganz große Klasse. Ich finde dich ganz große Klasse. Bist du schon betrunken? Bist du schon betrunken? Ich hasse Werbung. Ich hasse Werbung. Ich hasse Werbung. Ich habe Tom in Erwägung gezogen. Ich habe Tom in Erwägung gezogen. Ich habe Tom in Erwägung gezogen. Treue ist eine Tugend. Treue ist eine Tugend. Treue ist eine Tugend. Ich habe Tom in Erwägung gezogen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Er ist Sinoamerikaner. Er ist Sinoamerikaner. Er ist Sinoamerikaner. Er ist Sinoamerikaner. Du bist zu aggressiv. Du bist zu aggressiv. Du bist zu aggressiv. Du bist zu aggressiv. Es ist nichts los hier. Es ist nichts los hier. Tom ist niedergeschlagen. Tom ist niedergeschlagen. Tom ist niedergeschlagen. Tom hat geduscht. Tom hat geduscht. Tom hat geduscht. Es ist immer geöffnet. Es ist immer geöffnet. Es ist immer geöffnet. Das Fenster ist zu. Das Fenster ist zu. Das Fenster ist zu. Bitte lesen Sie Seite 94. Bitte lesen Sie Seite 94. Bitte lesen Sie Seite 94. Tom war wirklich wütend Tom war wirklich wütend Tom war wirklich wütend Tom ist unverheiratet Tom ist unverheiratet Tom war sehr unverheiratet Tom war sehr ehrgeizig Tom war sehr ehrgeizig Ich liebe Harvard Ich liebe Harvard Ich liebe Harvard Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich habe kleine Ohren Ich habe kleine Ohren Ich habe keine Ohren Ich habe kein Geld Ich habe kein Geld Ich habe kein Geld Ich habe kein Geld Tom war offensichtlich schockiert Tom war offensichtlich schockiert Tom war offensichtlich schockiert Ich habe kein Geld Untertitelung des ZDF, 2020